herzlich willkommen zurück zu let's play holocaust tycoon world ne das ist ein anderer park ich dachte ich hätte gerade den gleichen park ausgewählt wie beim letzten mal den ich nicht geschafft habe aber das ist doch ein anderer irgendwie ist das alles sehr merkwürdig vor allem auch verbleibende zeit 18 monatlich gab es eine update entscheidung alles auf deutsch und hier bild 5 34 team rights bild 5 western team weiß schaffe einmal in den park von 800 800 800 ich habe einmal gestern 200 übertrifft 5.000 dollar 75.000 dollar ich hab das kann das sein oder mal option allgemein deutsch komisch so auf jeden fall haben wir hier einen park oder einen jahrmarkt wir müssen jetzt hier 5 skyview team rights western team rights also hier sind western und hier sind skyview würde ich sagen fangen wir damit das erst mal an skyview team rights weist am team team rights ok also muss man hier mal skyview team rights hinbekommen was haben wir denn da so fein ist sieht es schon anders aus gab es doch tatsächlich update skyview ist das mit diesen guten planeten unten da ist man das das hat man robert wirbel wenn wir drei die drei müssen wir bauen 45 wir müssen alles bauen dann fangen wir mal an mit dem orbit wirbel würde ich sagen setzen wir hier hin so dann bauen wir noch den zero g swinger wo ist noch der eingang da ist der eingang ne das ist der ausgang hier ist der eingang so dann bauen wir es so hin bauen wir es so hin und dann verrückt einen drehbogen den bauen wir hier hin so und dann bauen wir hier noch die anderen attraktionen zwischen den Weltraumschlacht bauen wir so hin und jetzt hat turnringe kommen ganz zum schluss hier hin haben wir das schon mal jetzt müssen wir als kleiner weiter wir noch irgend so was haben nix bogen zentralobjekte da wird nicht mehr richtig ins greifen umschieden aber kann trotzdem sowas hinballen fassaden um die fassaden also was steht schon na gut man kann über tag wieder fest sein jetzt machen wir hier so viel gemacht das wollte schon na gut ist egal jetzt basteln wir da mal ein paar wege ran festen wir den gleichen genau nehmen wir machen erst mal hier den warteschlangen so genau das gleiche auf der anderen seite noch mal so hier hinten würden allzu viel los sein hier kann ich mir vorstellen dass mehr los ist so es waren alle fünf ne schön den ausgang überall so und so haben wir das dann brauchen wir noch dekorationen zwar attraktionsschilder hier hin scheiße müssen wir das noch mal abreißen und bauen wir gleich nochmal null hier reißen wir hinten den weg ab braucht eh kein schwein so und dann würde ich sagen öffnen wir den ganzen spaß mal öffnen 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 da hat mein handy gerade gebimmelt eine neue whatsapp nachricht joop oh es könnte demnächst wieder multiplayer spiele gehen jetzt exklusiv angekündigt jetzt exklusiv angekündigt das machen wir in der nächsten folge das machen wir in der nächsten folge die ist noch nicht zu ändern aber wir machen erst mal nochmal bildchen abenteuer team als abenteuer müssen wir hin da müssen wir hin noch fünf was bauen was wir noch schaffen so ist ja ganz leicht doch mal fast geschafft schon gestern 200.000 wie sind aktuell hier da quatsch da 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 Gästezufriedenheit 181 181 ist langweilig was damit das ist lustiger was ist das was heißt RETURNING ROAD was ist das da war ich jetzt äh äh letztens äh in Zinsheim ich weiß nicht kennt jemand das Technikmuseum in Zinsheim da ist auch so ein Weltraum Simulator wär ich oft fast mitgefahren hab's nicht gemacht war dann doch keine Zeit mehr aber du wirst da ganz schön durchgeschüttelt so sah es zumindest nach außen aus ja ja so wollen wir den vorne noch so feines was ist das denn was ist das denn was seid denn ihr bekloppt die ganze Zeit aufm Kopf oh 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 ist grad hell da kann ich mal kurz Pause machen ich will gar nicht mal so schlechter aussieht der ganze Park ne auch den Ständen hier überall warum kann ich denn das nicht so gut keine Ahnung ob ich's besser kann irgendwann das werden wir beim nächsten Mal sehen bis dann tschüss